Herzlich Willkommen zurück, neue Session TTT, heute mit Items, Juli Capuzo, Konamaru, McFly, Nils, Taudon, Payne, das ist der Nils, der Nils, ja ich muss erst lesen, weil den Namen kannte ich nicht. Ich geh in das Foyer, das ist meine Hände. Ja, ich hab die Wand getötet, Maru. Das ist das, 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 das ist das. Items will Maru umbringen, Items is es. Items hat es umgegeben. Würde ihr bitte nicht bei mir hinter mir eine Theke spicken? Juli ist böse. Juli ist wirklich böse. Hier random damage. Aber ich will der Mune gegenfinken. Die muss ja links durchgegangen sein. Juli ist schon tot. Kann das sein, dass du Kapuze gekillt hast? Nein, jetzt Payne. Payne, was hast du mit dem Hai gemacht? Ich hab auf Juli geschossen. Was hast du mit dem Fischi gemacht? Mit dem Fischi. Das machen wir weg. Das ist jetzt Two-Face. Nicht auf mich schießen. Payne schießt auf mich mit einer Diegel. Ja, also Payne. Payne ist Schakal. Payne ist Schakal. Payne ist Schakal. Ja, ich behaupte das aber jetzt. Das ist ja mal die mega T aus. Leute, er tötet Payne. Hört auf, dass der reden kann. Hört ihr vielleicht Items? Ja, ich hab Items getötet. Er ist auch wieder gespawnt. Ich hab am Anfang gesagt, ich hab random damage gemacht. Und das hab ich auch gemacht. Aber wenn er, also wenn er wieder gespawnt ist. Können wir bitte einfach Items spawnen? Dann können wir... Hallo Payne. Holzkopf. Nein, nein, hier ist ein Passwort. So spät bin ich doch gar nicht gekommen. Payne ist sehr verdächtig. Dalu ist minimal verdächtig. Nein, einer ist verdächtig. Vorsicht, der könnte hochgehen jetzt. Nein, nein, Moment. Payne kann immer noch Schakal sein. Ja, Payne ist doch hart. Ja, das... Wow. Ja, dann killen wir einfach ab. Sicherheitshalber auch noch den anderen Payne. Aber du scheinst nicht zu sein. Hättet du eine super Chance, mich abzuschießen. Hier liegt noch wer tot. Wie viele T's gibt? Ah, okay. Es gibt drei T's. Es gibt noch einen T. Ja, erstmal... Du müsst das Papa drausfinden. Hallo. Ich bin safe. Warum hast du eigentlich vor das Leben? Weil ich Priester bin. Nee, weg, wer da auch immer ist. Wer drückt denn hier? Ach so. Warte. Du kannst den Boden da wegschießen. Wer ist denn da oben? Ich. Ich will ein Passwort lösen hier. Das Passwort lösen? Ja, keine Ahnung. Hier ist eine Tür. Da ist das Ding hervor. Ja, hallo. Hast du gar nicht vorstehen? Da ist es. Nein in der Hölle. Das hab ich noch vor. Beim Aufzug. Ich lass euch da mal machen, ne? Warte, warte, der geht hoch. Ah. Ich geh hin. Ich bin die Mutter. Könnte sein, dass ich nie jetzt gefinisht hab' aus Versehen. Einer von euch beiden ist es noch, ne? Ja, für du. Ja, für du. Nee. Wenn du nicht zu mir laufen würdest, Toto, wär' ich dir sehr verbunden. Ja, ich suche Shotgun-Money, sorry. Okay. No? Ja. Wollte nur wissen, ob du noch lebst. Wer ist denn unser Jäger? Ich hab auch was eingesammelt, ich weiß nicht was. Du brauchst so ne Münze. Wer ist denn unser Jäger? Oh, ein Burger. Pain ist im Schwimmbad. Oh nein, du warst es. Oh mein Gott, das tut mir jetzt echt leid. Wo ist das Schwimmbad? Drinnen rechts. No, nicht. No, das tut mir leid. Ich will den... Die, von mir. Das tut mir leid. Doch nicht. Nein. Kapuz, siehst du das hier wohl Code, die kennst du doch bestimmt. Wirklich mit einer Bärenfalle und mit einer Taube im Anschlag verkennt gehabt. Na klar, das bin ich. Aha. High-Quality-Gameplay wieder bei Pain. Aber du kennst, warum hast du ihn denn durch die Scheibe nicht gesehen, dass er da drin ist? Oh, da kann man raus, schau wie romantisch. Romantisch. Es ist romantisch, ein Mann von Beklavtisch. Romantisch, meine Frau. Was für eine Scheiße das hier war. Durch die Rauchgranade. Welke Rotz. Klar, ich bin an die Teggif, jetzt gibt's doch die Fresse. So. Kundran. Kundran. Der hat einfach geschossen. Jetzt im Ernst. Der hat geschossen. Hat er gerade einfach den DT gekillt? Was geschützt? Kundran, ich bin ja ein großer Freund von dir. Ich bin ja ein großer Freund von dir, aber das ist dann doch ein bisschen arg. Das war jetzt bisher zu viel des Gutens. Nice geshoppt. Wäre nice geshoppt. Und jetzt? Ja, die Sekunde stehen bleiben ist übrigens shoppen. Was? Oder hast du gerade versucht mich zu töten oder warum? Du hast gerade gestorben. Du hast gerade gestorben. Ja. Advanced is Danza. Wenn ich jetzt sterbe, ist es Dalu. Wenn ich sterbe, ist es Dalu. Alter, Dalu hat Jackal, ich habe einen Jackal getötet. Nein, hast du nicht, dass ich darauf geschossen. Ich mag hier den Raum. Das ist jetzt meiner. Hallo. Was geht hier ab? Oh Gott, wem sollen wir noch Frauen können? Keine Ahnung. Hallo. Oh, Maxi kommt näher. Ja. Maxi ist gemeint zu mir. Oh, Dalu hat Jackal? Wollen wir ein Kerl? Oh, Dalu hat Jackal? Kunde ist niemand versächtigt. Obwohl er jemanden gekehlt hat. Ja, manchmal kann man an den Kopf klettern, manchmal nicht. Ja, aber warum sucht keiner nach dir? Warum hat er mich nicht gesehen? Dauter Schmaut, Dauter Gestein. Ach so, ah. Ich bin Betrüger, ich habe da eine Fake-Leiche liegen gehabt. Ja. Bittisch. Und Dauter ist einmal in den Raum gekommen und hat mich nicht gesehen. Dauter ist neuer Waifu. Der Pain müsste safe sein, sei denn er ist Jackal. Warum gibt es eine Dalu-Leiche, die sich die gegen die Träume ist? Hä, der Jackal ist immer noch Betrüger. Der Jackal ist schon cool. Ja, ich höre halt nicht zu, ne? Doppelchen, eigentlich ist er Betrüger. Eigentlich ist er hier, Jackal. Dauter. Ich habe nichts gesehen. Hä? 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 Wer ist Schakal? Warum bin ich Schakal? Weil du mich umgebracht hast. Oh, du warst das... Ich verstecke mich nicht. Ich stehe hier, weil ich hier stehen darf. Kommen Sie mal raus. Nein, nein. Geh weg. Ich wurde von einem zweimal angeschossen. Ja, ich bin auch gekreut, Schakal. Ja, jetzt kommen wir raus. Was ist das denn für eine Aktion? Warum kommt der denn da raus auf einmal? Was soll denn sowas? Er weiß nicht, was ich kaufen soll. Ich geh vor. Warte, hier, 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 das da, okay? Oh Gott, ah! Was war das? Bananenbombe. Ähm, okay. So viele Bananen für uns. So viel Brand. So viel, nix gut. Oh, so viel kommt mir näher. So viel, nix gut. Hi, Maru. Nix gut. Rein da jetzt. Wir zerhacken ihn. Was sind die denn dahinten, Kriminelles? Wo ist denn der? Das ist ja unhöflich. In einem. Ja, hier hinten, im Raum. Das ist ja der, ihr seid also C, oder was? Nee, also, ich muss nachladen. Marthe, ich muss nachladen. Ist wichtig. Komm, 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 zu. Was du denn? Ich glaube, ich wäre es an Zeitkick. Ja, vielleicht ist C, oder was, echt Sidekick. Hey! Könnte halt echt sein, ne? Dass der Sidekick ist, der C, oder? Oh! Halt schon eine Möglichkeit. Alter! Oh, trick. Juli war Dete. Er hat auf mich geschossen. Was, Juli war Dete? Und du hast die einfach umgebracht? Das ist schon unhöflich. Nein, nicht einfach. Ich habe mich nur gewehrt. Sogar zweifach, okay. Au! Können wir das unterlassen? Ey, endlich eine Waffe. Schön. Du hast da doch nicht zum Sidekick gemacht gehabt. Ich kann gar niemanden zum Sidekick machen. Ich vergesse immer jede Aufnahme-Session, wo mein Drop-Hand ist. Ach so, ja, stimmt. Ich muss das auch nochmal... Ey, unterlassen Sie das? COD-Gun! Hui! Halt, ich muss nachladen. Das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Oh, warum habe ich die denn wieder? Das ist eigentlich unhöflich. Wer die Vengaboys verschießt, der hat sie nicht verdient. Ich muss ehrlich sagen, ich fand das echt gemein. Warum hatte ich die denn wieder? Weil du tot warst. Ja, aber die gehört doch nicht zu meiner Klasse. Ich habe keinen Kopf, dass du mir den Hedgehog gegeben hast. Ach so, okay. Tatsächlich dachte ich, warum fängt Kapuze jetzt an zu schießen? Dann hat Tautor heute angefangen zu schießen. Das war wirklich so, warum? Warum kündigt der an, er fängt an zu schießen? Aber ist egal, bei der Gruppe hat es eh keiner checkt. Böse wurden gemacht. Niemand checkt. Wieso? Wir hatten auch noch eine Chance, wenn ich ihn gesehen hätte. Maru hat ihn ins Gesicht. Ja, Maru war doch selber Che. Ach so. Ich habe ihn gesucht, aber er hat mich zuerst gefragt. Ich habe einen Bernd. Kannst du mal testen, ob der Low Carb ist? Ich weiß nicht, hallo? Nee, da muss das Brot außenrum weg. Ja, das stimmt. Da hast du Salat drum. Hallo, Julie. Hallo. Bist du schon wieder böse? Ja, und du stehst auf der Liste. Ah, ohne Wind! Alter, vorne. Ich würde sagen, er ist ein Steeler. Ja, Alter. Es ist ein Steeler. Second Chance. Oh, schade. Oh, schade. Er hat noch irgendwas geflogen. Wer war das hier? Kautau, Kautau, Kautau ist es. Oh, oh, oh. Da wurde bestimmt noch Zauber hinterher geschmissen. Und hier auf der erste Adresse. Pain. Ah, du warst schon längst. Wir bleiben hier. Kautau, Pain. Ja, ich weiß nicht, ob du bist... Alter, dahinten. Ich habe mit auf ihn geschossen, ja. Er hatte... Ach, Dalu. Ach, du warst erst mit der Schottkarte auf einen Kilometer, als er sucht hat. Ja, was soll ich jetzt? Ach, hey. Ja, du lässt es aber nicht schießen. Oh, du hast einen Traitor getötet. Das war nicht. Das war nicht, das war nicht, das war nicht, das war nicht, das war nicht dran. Oh, Juli war Jackan. Cool. Ja, es gab auf jeden Fall einen Mordanschlag hier auf Kapuze und ich glaube, der galt auch uns. Oh, da ist noch ein Traitor hochgegangen. Ja, Pain. Hat Tautor getötet? Also jedenfalls wird am Scoreboard als Leben angezogen. Ich habe Tautor erschossen. Ja, raus. Wie schnappen wir uns? Ah, jetzt geht die Tür vor in meinen Augen zu. Witzig. Oh nein, Juli, du warst auch noch Chakal. Du Arme. Was war das? Das kompliziert auf einmal auf. War wundervoll, ey. Ich habe mir auch dann erst einen Radar gekauft, als du respawned bist. Da bin ich direkt im Punkt. 140 IQ plays. Aber noch nicht mehr. Nachdem Maru mich fast erschossen hätte und ich dachte... Ich bin nicht auf die Ölgel laufen. Ich war ja Zeit vor dir. Nein, du bist rechts gelaufen, da wolltest du schießen, dann bist du nach links gelaufen. Ich bin in der Küche gelandet. Ich gehöre hier nicht mehr. Ich gehöre hier nicht mehr. Ich gehöre hier nicht mehr. Wow. Ich gehöre hier nicht mehr. Ich gehöre hier nicht mehr. Ich gehöre hier nicht mehr. Wer nimmt das Geschenk? Wer nimmt das Geschenk? Ich glaube, hey nimmt das Geschenk. Hey, hier ist eine Tür. Das ist nicht von mir. Juli hat das gewohnt. Hallo Maxi. Hallo Maxi. Hallo Maxi. Hallo. Ich gehöre hier nicht mehr. Die kennen meine Kontonummer. Was? Ist hier jemand im Tracer? Aha. Es gibt einen Tracer-Rum? Ja. Sagen wir es nicht mal. Es gibt einen Tracer-Rum? Ja, musst du nicht dunklen. Der fängt gleich weg. Pass auf, Nils. Nochmal. Jetzt ich. Jetzt ist der wegge... Lass, 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 lass. Nein. Ich stehe jetzt. Warte, warte. Warte, warte. Der kommt vom Eingang. Oder? Nein, nein, nein. Der Wal hält zu. Moment, warum piepst? Der Wal explodiert, you fuck! Warte! Wieso das? What the shit? Hä? Achso, der Täter muss übrigens noch draußen sein. War das? Maru ist gerade von vorne. Oh, Maru schießt doch, Katze! Items, pass auf dich auf! Items, pass auf dich auf! Das ist ja gewisse Betrüger. Nein? Wir sollten mal gucken, was die echte Leiche ist. Oh! Wir sind auf dem Bahnhof. Oh, Gebäude! Entschuldigung. Tautau? Oh, Pain war Betrüger. Was ist mit ihm? Tautau ist auf! Hey! Hey! Das ist der Wurm. Oh, was ist hier mit? Kommt nochmal! Hä? Hause war's! Tata! sécurité Germany! Tautau ist explodiert! Tautau lebt wieder! Tautau ist back! Tautau ist back! Tautau! gedroppt. Mach mal auf, schnell, okay. Oh, 180, oh shit. Oh, können wir den Sidekick? Nein, ich bin Dete. Das ist Maru Sidekick. Oh, okay, war doch, mussten wir gar nicht spielen. Sorry, dass der Val explodiert hat. Hast du den mit dem Drop explodiert? Da gehst du in den Fretter auf dem Button, Val explodieren lassen. Ja, Val Explosion. Ich wusste nicht mehr, welches die Fake-Leiche war bei Pain. Ja. Ein Schluck auf. Nein. Doch. Die Musik ist so schön in der Map. Schluck auf. Tauta. Drei Stunden Schluck auf. Ich bin die Flugkatze, Tauta. Nein, da waren wir trinken. Flugkatze. Wo? Ja, hier oben. Logischerweise. Hallo. Hallo. Oh, Vorsicht. Das ist knapp gewesen. Die Musik. Hallo, Maru. Hallo. Hallo. Gibt's noch einen Tretterraum da unten, oder? 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 Maru, ich bin hier bei dir. Ich bin am Shop-On. Nicht? Ja, Maru. Das ist ja Maru, ich bin die Kasse. Ich bin die Kasse. Pain steht dumm da. Was kannst du schon sagen? Wo ist es doch die Info, Entschuldigung? Lass ihn. Der Geschenk am Knopf, das ist gemein. Ich sitze auf dem Vorspiegel, weil ich eine Katze bin, weißt du? Ja, stimmt. Das passt. Ja, das ist, das gehört. Was haben Sie jetzt wieder für eine Keke? Äh, 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 äh. Wien? Du bist, äh, jeweilig, ne? Kunran, wollen wir mal was testen? Wenn gleich jemand, wo sie gehört, dann ist es nicht. Wir müssen das testen, okay? Ja, das war ich. Wir sind fein. Wir testen das jetzt. Wie viele durch die Wand? Unser Zugfluss. Komm, Eingang. Weiter ist draußen. Ich glaub nicht einer. Na, den seifen wir jetzt ein. Hey, hey! Hallo, du schießt dir einfach mit mir zu. Was ist das denn los? Wunderschöne, sehr klaut. Aber es ist Items. Items wie Glokazus ist. Hey, das ist echt unhöflich. Maxi, Maxi ist es. Ich hab ihn. Was ist das? Wir sind einfach auf den DT. Das war ein Test von Items. Pain is Jackal. Pain is Jackal. Was ne fucking Lüge. Items ist wieder gespawnt. Tötet mal bitte. Pain is Jackal. Wer ist Jäger? Wer wird mir freiwillig zugeben? Ich bin jetzt Jackal. Ich jage Trader. Wo hast du deine Band mal hingelegt? Achso. Du musst weglaufen, schnell. Items ist wieder da. Kann wir nicht mal Items wohnen, bitte? Oh, Tautos tot. Maxi war es auch, oder? Wer schießt denn da? Er ist gerade über die Brücke gegangen. Ähm. Lol. Luli? Was halte ich an für ne Lüge? Komm, jetzt wer runtergefahren. Irgendjemand schoss doch von wo? Ja, links von... Maru lügt. Er steckt nämlich genau daneben. Waru, der ist links hinter der Wand. Ja, aber der Trailer ist links von dir. Ach, links? Ja, genau. Das wusste. Das hast du doch gehört. Maru hat mich erschossen. Ja, den hab ich erschossen. Maru erschossen, weil du... Ja, der war ein richtiger Jackal. War doch alles richtig. Ja. Ich glaube, er war gerade in nem Duell mit nem Traitor. In nem richtigen. Ja, war... Wem beleben wir da? Tau Tau? Hm? Wenn ihr mich lasst... Wurde gelassen... Tau Tau ist wieder belebt worden! Klingt los! Tau Tau! Tau Tau! Komm, du willst was in die Wand stehen! Tau Tau! Tau Tau! Der war's! Tau Tau! Tau Tau! Er legt sich erstmal hin! Tau Tau! Tau Tau! Tau Tau, kannst du uns was mitteilen? Nein! Kann er nicht! Ö! Das hat sich... Oh mein Gott! Kapuze! Wieso hat er mich denn so... Er hat alle Weg... weggeflappt mit dem Täu Tau. Tau 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 Er lebt wieder böse! Nicht draußen! Wo ist er denn? Yer pennts, eh... Ich bin denn grade da! Hast du dir schon ein Zug-Ticket gekauft? Der wird gleich vorbeifahren. Und der hat Bock nicht mitzunehmen. Nicht der Thomas. Man weiß nicht. Nicht der Thomas. Wo bist du? Ich bin gar nicht da. Thomas, der Tank Engine wartet auf dich. Wo bist du? Okay. Ich schieße nämlich gleich auf den Nächsten. Der mein... Moment. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Ich bin gar nicht da. Kommt hier. Oh oh. Waaah. Ich habe mich so schräg. Ich habe Füße. Ich habe mich so schräg. Es ist ein Hemd. Oh nein, 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 nein. Äh, Lumpf. What? Du Schweine. Noch einmal? Wie denn? Irgendwann? Ach, guck, dann war das. Okay. Oh... Das war so unhemd, die Thomas. Das kam er durchgemacht. Wenn euch das wirklich gefallen hat, macht es gerne, like euch am Anfang, wir sehen uns gut, ciao. Ciao.